So, eben gerade ging's, ich durfte nur nicht Steuerung drücken. So, willkommen zurück in der neuen Folge. Und ich muss jetzt mal irgendwie an ein Waffenarsenal kommen. Hier, ich komm mit den Waffen nicht mehr weiter. Ich brauch was Kräftiges, was Starkes. Etwas, was alles wegpostet. Kann ich da rin? Nee. Ich geh mal hier hoch. Vielleicht kommen wir hier ein bisschen weiter. Da ich mich von oben nach unten durchkämpfe. Vielleicht geht das. Ja, ich bin doch schon dabei, Mensch. Gegen mutierte Koreaner ankämpfen ist nicht so mein Ding. Oh, schau mal da. Hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner. Oh, doch. Danke. Danke. Ja. Ja. Maximale Stärke. Wir haben hier nicht. Oh, oh. 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 So, der Panzer gammelt nach dahinten. Wir kommen jetzt hier rüber. Möglichst unbemerkt. Ist ja keiner mehr. Die sind da unten bestimmt irgendwo. Da steht er. Ich stelle mich jetzt fast direkt vor dem. Oh Mensch, halten Sie alle feindlichen Einheiten aus. Luftunterstützung ist unterwegs. Bin doch schon dabei, Mensch. Halt mal den Ball flach. Ja, wo bist du? Leer. Ei, ei, ei. Da sind sie. Oh nö. Du wirst sterben, Feigling. Du wirst sterben, Feigling. Du wirst sterben, Feigling. Tarnfeld aktiviert. Äh. Ei, 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 ei. Tarnfeld aktiviert. Gut, kümmern wir uns mal um die anderen. Gut, kümmern wir uns mal um die anderen. Ja, da hat der fast funktioniert. Puh. 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 Ah, schau mal da. Präzisionsgewehr leckt mich doch jetzt. Puh. 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 Wo ist er denn? Da oben. So. Aktiviert. Puh. Puh. Energie kritisch. Puh. 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 Wir haben es schon fast. Moment. Ich bin gleich... Ich kann gleich... Ich bin... Ich hab gleich fertig. Jetzt kommt der hier rumgekackt. Ach, halt, Moment mal. Ich hab doch hier was Nützes gefunden. Hahaha. Du, Warnson. Komm her. Da ist er ja. Und eine nette Rakete hab ich für unseren anderen Kumpel noch. Und wenn der die überlebt... So, wo ist er? Wo ist er? Ach, Herr Panzer haben wir ja auch noch. Maximale Panzer um. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzer um. Okay. Tarnfeld aktiviert. Sorry, wenn das so lange gedauert. Panzer um. Der hatet... Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzer um. Vorsicht. Tarnfeld aktiviert. Moin, Digga. Der lebt immer noch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzer um. Tarnfeld aktiviert. 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 Energie kritisch. Maximale Panzerung. Fahrenfeld aktiviert. Wo ist er denn? Maximale Panzerung. Fahrenfeld aktiviert. Irgendwas hat jetzt richtig heftig geruckelt. Energie kritisch. Fahrenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Fahrenfeld aktiviert. Nicht. Oh, er ist tot. Na endlich. Roger 36 Ladung absetzen und raus. Setze Luftraumüberwachung fort. Over. Roger 1A bleibt auf Empfang. Zentrale hier ist 1-8. Starke KVH-Aktivitäten am Eingang der Mine. Wir sollten warten, bis die Verstärkung eintrifft. Over. Er ist 3-6 Ladung abgesetzt. Kreise jetzt über dem Zielgebiet. Over. Ich brauche sie an vorderster Grund. Drängen sie in die Mine rein und finden sie General Kyung. Meine Jungs regeln das Geländer. Sobald sie die Geisung gefunden haben, lassen sie sie ausschliegen. Fehl Glück. Zuhören Marine. Wir graben uns ein und halten hier die Stellung. Defensiv Stellung und vorwärts vorwärts. Jetzt gibt's da hinten wieder Action. Jetzt gibt's da hinten wieder Action. Let's go. Höhöhöh. Schwach. Maximales Tempo. So. Farenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Farenfeld aktiviert. Energienkritisch. Farenfeld aktiviert. Na, also. Da war Musik. Äh. Was zum... Was? 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 Sehr gut. Langsam. Boah, dass die immer so aggro sein müssen. Hören die keine Musik oder so, was die beruhigt? Was? 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 Wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Was? 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 Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Nö. So. Ich würde sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Crysis. Was? 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 Was?